Abwassersystem Bereits kleinste Verschmutzungen können grosse Mengen an Frischwasser verunreinigen. Darum ist es wichtig, dass unser Abwassersystem durch regelmässige Kontrollen geprüft wird. Tag täglich werden von uns riesige Mengen an Schmutzwasser produziert, welche durch Abwasserkanäle abgeführt werden müssen. Bereits durch kleinste Risse und Schäden kann dabei verschmutztes Wasser in das Erdreich fliessen. Die Gefahr ist dabei gross, dass auch das Grundwasser betroffen ist. Und Grundwasser ist an vielen Orten auch die Quelle für unser Trinkwasser. Die AB Marti bietet verschiedene modernste Reparatur- und Sanierungsverfahren. Damit können undichte, beschädigte Abwasserkanäle schnell und wirtschaftlich abgedichtet oder ersetzt werden. Die Alternative sind teure Grabungsarbeiten. Dabei werden die Kanäle freigelegt und durch neue Abschnitte ersetzt. Schneller, flexibler und preiswerter sind Reparaturen oder Sanierungen im bestehenden Kanalabschnitt. Beim Schlauchliner-Verfahren wird ein undichter Hausanschluss mit einem extrem zähen, langlebigen Stück Kunststoffrohr flexibel saniert. Risse, Löcher, Wurzeleinwuchs oder undichte Rohrverbindungen lassen sich damit zuverlässig und langfristig sicher beheben. Die Grosskanalsanierung wird oft bei Sammelkanälen verwendet und kann für Rohrdurchmesser bis 120 cm eingesetzt werden. Sechs verschiedene Schutzschichten bilden dabei ein sehr stabiles, praktisch unzerstörbares Ersatzstück aus Glasfaser-verstärktem Kunststoff. Kleinere Schäden lassen sich mit Glasvlies oder Metallrohren reparieren. Dabei wird das Ersatzrohr an die Schadstelle gefahren und mit Druckluft auf die beschädigte Kanalwand aufgepresst. Für grössere Schäden und längere defekte Kanalabschnitte kommt ein biegsames Kunststoffrohr zum Einsatz. Zehn Meter lange Abschnitte können verschweisst werden. Ein gutes Gefühl, zu wissen, dass unser wertvolles Grundwasser zuverlässig geschützt ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017